Hallo und herzlich willkommen zu einem Knowing Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg mit allen Wassen gewaschenen oder genauer gesagt die Umthalia Funkenbraue, welche sich im Gebiet Zuldersaar befindet und zwar etwa 48, 35. Und ja das Team gegen zu besiegen sieht die folgt aus, wir nehmen irgendeine Krabbe mit Schnappen, Welle der Heilung und Strudel. Da hat sich jetzt die Kaiserkrabbe am besten bewährt, also da müssen wir halt einfach mit drei Attacken den ersten Gegen besiegen können und zudem halt einfach noch ein wenig überleben, damit man das zweite Pad ebenfalls recht weit runter bringen kann. So etwa 400 Gesundheitspunkte und eben da würde ich halt wirklich so etwa 1700 Gesundheitspunkte gehen, damit es schön aufgeht. Dann Benax mit Wasser, Jet, Schlamm, Lawine und Blase und Geisterschalenkrabbe mit Griff, Blase und Geisterstacheln. Und ja beginnen wir gleich mal den Kampf. Und hier zu Beginn gleich mal den Strudel einsetzen. Dann wähle der Heilung, damit man da ein wenig länger überlebt. Und danach zweimal schnappen, um den Gegner zu töten. Hier kommt der Strudel, auch wenn ich gecritet habe, die Schnappenattacke macht 468 und der Gegner hätte jetzt hier an dieser Stelle 464 Leben übrig gehabt. Deshalb sollte es auch hier so aufgehen für uns. Dann haben wir den ersten Gegner besiegt. Dann kommt hier Turbo ins Spiel. An dieser Stelle zu Beginn gleich mal den Strudel einsetzen. Hier bekommen wir zwei Runden noch keinen Schaden. Und danach einfach schnappen, bis unsere Kaiserkrabbe oder eure Krabe halt stirbt. Meistens ist es so, dass man hier noch eine Schnappeattacke einsetzen kann. Dann kommt der Strudel und dann, das ist der normale Ablauf, dass hier der Turbo euch jetzt dann gleich tötet. An dieser Stelle kommt dann der Benox ins Spiel. Da setzen wir zuerst einmal den Wasserjet. Und hier ist halt einfach wichtig, dass man dann die Blase einsetzt, damit ja der Sandsturm gekontert werden kann, da man ansonsten recht guten Schaden abbekommt von diesem Sandsturm. Das wollen wir halt dann verhindern. Das heisst zuerst einmal Wasserjet einsetzen, um den Turbo runterzubringen ein wenig. Dann die Blase. Und danach können wir mit Wasserjet den Rest erledigen. Und dann kommt hier der Windpeitscher ins Spiel. Und an dieser Stelle gleich, wenn der Windpeitscher im Spiel ist, gleich sofort Schlammlawine, damit man halt den Sandsturm ja auskuntern kann. Und an dieser Stelle wechseln wir gleich weiter auf die Krabe. Hier muss man ein wenig hoffen, dass die wilde Kral jetzt uns nicht wegburstet, also dass die jetzt nicht die ganze Zeit 600 Schaden raushaut. Eben, es ist wirklich leider mit den Aquatischen ein Glücksspiel, sage ich mal. Ich setze jetzt halt einfach mit der Krabbe hier gleich die Geisterstacheln ein, damit es sozusagen zwei Attacken des Gegners kontern kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ganz normal vielleicht hier die Blase einsetzen würde und erst dann die Geisterstacheln, ist man danach halt eben wieder langsamer und deshalb würde halt die Geisterstacheln nur für eine Runde wirken. Deshalb hier an dieser Stelle Geisterstacheln. Hier kommen jetzt zwei Attacken vom Gegner und eben da muss man ein wenig hoffen, dass die Attacken jetzt nicht allzu viel Schaden reinhauen. Dann hier die Blase einsetzen, hier sollte man immer noch langsamer sein als der Windpeitscher und jetzt sollte der Windpeitscher langsamer sein als wir, also wir sollten jetzt das Tempo von 265 haben und dagegen 260. An dieser Stelle einfach weiter kämpfen mit dem Griff. Noch einmal Griff. Und dann weiterhin halt einfach Griff einsetzen, bis danach die Geisterstacheln eventuell wieder ready sind. Und das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, dass halt wirklich die Geisterschalenkrabbe diese Phase überlebt und danach kommt der Geisterstachel hier nochmals. Und dann, ja, ist es immer ein wenig unterschiedlich. Eventuell brauchen wir noch Benax. Da müsste man halt auch ebenfalls ein wenig überleben. Am besten mit die Blase wieder reinsetzen und dann Schlammler wie in den Wasserjet einsetzen, um den Windpeitscher besiegen zu können. Es ist wirklich zum Schluss relativ knapp, teilweise. Aber wenn man Glück hat, kann die Krabbe zum Schluss den Rest erledigen, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit verfehlen würde. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spass. Bis bald.